Hallo meine Freunde, ja da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Tenchu 2 Und ja genau, das hier ist jetzt schon der nächste Part Quasi Und genau, es geht ja hier Letztes Mal haben wir ja Goda und Toda tot auf dem Boden gesehen Wo von dem einen der Kopf fehlt, was ich gar nicht wusste, dass es in der englischen Version so gezeigt wird Und ja genau, aber Tatsumaru ist verschwunden Das haben wir auch gesehen, der ist mit einer mysteriösen Dame den Abhang runtergefallen In der Katzen und ja Das hat uns jetzt aber eigentlich erstmal nicht zu interessieren Wir sollen uns um etwas anderes kümmern, nämlich hier dieses Bergdorf, wo Bergbanditen ihr Unwesen treiben quasi Also Bergdämonen Die entführen die ganzen Leute hier Und genau, der ist der erste Gegner Ne Ich warte noch So, ja, weil das Level hier, das ist sehr schwer Ja, also Sehr groß und viele Gegner Und alles was dazu gehört bei Tenchu, ne Ah, der hat ein Gegengift Cool Okay, da ist der nächste Gegner Ja, ich sehe nur seinen Schatten, aber da ist der Ja, wir werden den Typen hier echt die Nase abschneiden Also die Nase ist ja unverschämt lang von denen Ja, zack Ja, nicht ganz, wir schneiden ihn in ihrem Kopf ab Auch nicht schlecht So, dann Auf die Map gucken, wo ist Ja, unten ist schon nichts mehr Das waren nur die beiden Man muss jetzt nämlich immer weiter hoch hier Und, äh, genau Ah, an diesen Gegner erinnere ich mich noch Der liegt da drin und pennt Mit offenen Augen, äh, pennt der da Ja, er macht sich ein gechilltes Leben hier Ah, und hat aber ne Bombe für uns So, jetzt gleich kommt hier so ein Stein runtergerollt Da ist er Oh, fuck Holy shit, der hat Der hat mir 60 Points abgezogen Oh mein Gott Ich nehme erstmal das Kleine hier Weil, dann stehe ich bei 60 Weil ich will jetzt kein großes Midi-Pack dafür verschwenden Ach, Mensch Warum zieht der denn 60 Hit-Points ab, ey Das ist ja krass Oh, fuck Ja gut, tut halt weh, wenn so ein Stein Auf, auf den Kopf fällt, ne Bumm Ja Das ist keine angenehme Sache So Ich glaube, da geht es hier mal weiter Da oben hoch Oh, ich hoffe, dass ich hier jeden Gegner mitnehmen kann jetzt Weil das zählte nämlich jetzt noch nicht als entdeckt Das ist das Gute So, geh hoch Oder? Hier ist aber niemand Hier oben wahrscheinlich drüber Und, nein, das ist blöd So, komm schon Hä, wie soll ich da hochkommen? Darum ist der Gegner Ich habe ihn gesehen, aber So vielleicht Oh, da ist er ja schon Ach, diese Diese blöde Steuerung hier Ach, ja so Wo ist jetzt hier umgucken? Aha, ja, genau Da geht der Ja So Und hier Zack Ohne Kamera diesmal Aber das ist nicht schlimm Hauptsache wir kriegen die Gegner ohne gesehen zu werden Ja, wie gesagt Dieses Level ist Oh, was das Eine sehr lange Brücke Das Level hier ist Sehr schön designt Finde ich aber auch sehr unübersichtlich Also sehr groß Ja Ich meine, schaut euch mal die Karte an So, hier haben wir eine Hölle Da ist das Item drin Ah, das ist das Item drin von dieser Karte Und was haben wir hier? Was ist das? Ah, das ist der Der Reis Das kann ich euch mal zeigen Also man kann den so ausrollen Ja, dann gehen die Gegner dahin Und dann wollen die das Essen Ah, das ist quasi eine Lock Lock Taktik Für die Gegner Damit die Damit man die quasi Dahin locken Hä? Dahin locken kann Und Ja Wenn die das Essen Dann werden die halt vergiftet Genau Und ich will jetzt da hochkommen Weil ich hab Schiss Dass hier irgendwas ist Aber hier ist nichts Okay Gut, dann gehen wir wieder raus Probier mal hier hoch zu gehen So Hier passt Ach, da ist nämlich ein Gegner, siehst du Seht ihr Aha So Da ist nämlich ein Bogenschütze Den müssen wir jetzt ziemlich schnell aus dem Weg räumen Oh mein Gott Mir lieber so als Hier gesehen zu werden Oh, Alter Er hat sich rumgedreht Genau Das passt ja perfekt Zack Schön von hinten aufgeschlitzt Jo Zwei Items Das eine Das nehme ich direkt Das hier Weil da kann man sich nämlich Schritt für Schritt Wieder heilen Und dann macht die Ansicht normal So Genau Und Zack Ne, ich muss jetzt erstmal über diese andere Brücke da Darüber kommen wir darüber Ach Ärgerlich Naja Noch einmal so hier Wieso fliegt er immer so hoch Wenn man Dann diesen anderen Haken Und diesen Haken raus Wie fliegt er manchmal so hoch Ich glaube wir diese Brücke Man muss ja ganz schnell laufen An ihm Man kann einfach sich zeitlaufen Und ich dachte man Das wäre ein Falltüren Oder so Aber ist nicht Und da ist ein Gegner Oh, wie soll ich ein Diss machen Wie soll ich ein Diss machen Wie soll ich das machen Oh, Alter Nein, ich hab doch Ich hab ihn doch gekillt, Mann Oh, Mann Das ist doch ärgerlich Oh, Mann Ich hab vier gedrückt Und dann Hat er den berührt Und dann hat er mich gesehen Warum Was soll das Komische Komische Bugs hier in dem Spiel Echt Mann Das ist ärgerlich Das ist unnötig gewesen Richtig unnötig Also jetzt kann ich Großmeister schon wieder vergessen Na ja, komm So, was haben wir hier unten noch Das ist es Was haben wir hier Und halte ich fest Ah, die Stelle ist das Ja, genau Oh, da unten ist ein Bär Ja, genau Es gibt Tiere hier in diesem Spiel Es ist auch sehr Amüsant Warte mal Ich werf mal Ach, nee Mach ich jetzt nicht Aber hier laufen Bären Und rum Und ich glaube auch Wölfe Und ja Ich schmeiß mal ein Schuriken Mal gucken, ob der Stirbt Oh, der viele Hitpoints Nee, der stirbt nicht Der stirbt nicht Okay Der hat verdammt viele Hitpoints Was soll ich das mit dem machen? Seht der als Gegner? Nee, ich glaube nicht Das ist ja nur ein Tier Hier ist aber irgendwo noch Das ist ein Gegner Das ist ein richtiger Gegner Den können wir killen So Okay Na komm Dreh dich Er dreht sich nicht Der bleibt statisch da stehen Okay Korrekt Dann Können wir hier jetzt Zack, zack machen Dams, Junge Genau Na, da geht der Platz nicht Er hat nichts So Da unten ist nur der Bär, glaube ich Ah, da geht es aber noch weiter Ah, da ist ein Gegner, hä? Okay Ein Gegner und ein Bär Lass mich raten Der Bär sieht mich jetzt gleich Und dann ist es vorbei Oder was Ah, da ist der Bär Alter Ist das knapp gewesen Kann man den Mit einem Schlag Okay Ja, man kann ihn töten Das ist klar Oh Gott Hölle die Scheiße Nein Nein Oh, warum Scheiße, Mann Was Ich wollte doch nur probieren, ob man den Bären töten kann Ja, man kann ihn töten Aber auf welchen Preis, ey Das ist doch scheiße, echt Was machst du? Warum guckst du gegen die Wand? Oh, zweimal entdeckt Scheiße, Mann Dafür kriegst du jetzt hier das Schwert in die Fresse Oh, löder Bix, ey Sorry für den Ausdruck, aber ich bin ja genervt Das Arschloch hier Mann Hatte mich gesehen, ey Verfluchte Scheiße So, hier ist nichts mehr Gehen wir mal rüber Oh, dieses Level, ey Ist so riesig Springen Wow Hey, wo? Wo denn? Links, okay Ich habe gerade eben irgendwer Fast gesehen Wo denn? Wollt ihr mich verarschen? Hä? Wer hat mich hier eben Fast gesehen? Ach, da Aha, okay Da ist der Gegner Alter Och, Mensch, das gibt's Warum? Ich bin hinter der Wand Wie kann der mich sehen? Wie kann der mich sehen, zum Teufel? Wie kann der mich sehen? Wie kann der mich sehen? Boah, ey Das ist, ey Ne, das ist doch peinlich jetzt gerade Och, das geht doch gar nicht Ich wollte eigentlich nicht gesehen werden Aber jetzt muss ich schon dreimal entdeckt Ja, das ist aber auch ein Scheiß Wer will jetzt mal ehrlich Sei es dieser Scheiß Typ Jetzt kill ich dich Oh, Mann Hure Mann Jetzt kommt noch einer Ey Ey Wo kommt der denn? Hallo? Das gibt's hier wohl nicht? Ey, das Spiel will mich verarschen Kann das sein? Das wurde ich fünfmal entdeckt Oder was? Oh, nein Scheiße Oh, shit Jetzt mal ehrlich Wo ist dieser Gegner? Ich sehe nichts auf dem Key Und jetzt auf einmal wird's hier Ausrufe Da oben Das könnt ihr mir nicht erzählen Dass der mich eben gesehen hat Da oben Soll der mich etwa gesehen haben eben, oder was? Das kann ich irgendwie nicht glauben Ach, du Kacke, ey Was ist das für ein Dreck? Das ist Das kann ja nur Kann ja nur besser werden Im nächsten Löffel Oh, Mann, oh, Mann Oh, Mann Also, das ist jetzt echt Boah Was machst du für Hampeleien da? Hm Die Gegner hier, ey Die sind so scheiße gesetzt Das ist unfassbar, ey Komm, jetzt lass dich töten hier, so Aber ich guck noch, ob ich dich wenigstens beklauen kann, ne Ja, immerhin eine Rauchbombe, ey Oh, das ist doch peinlich Mensch So, ich glaube Hier war ich noch nicht Ah Ja, jetzt sieht mich auch noch Was? Hier unten ist ein Wolf? Ich dachte, der wäre beim Endgegner Äh, okay Scheiße Zählen die auch als Mensch? Oder nur als Tier? Also, zählen die auch in der Statistik? Ich fürchte, ja, ne Ich guck mal, ob ich die mit mir Schurikenplatt noch bekomme Ah Ah, die sterben direkt, okay Was war das denn? Hey Scheiße Ah, ich bin grad ein bisschen aufgelöst Ich glaub, ihr merkt das schon Wegen den ganzen Wegen den ganzen gesehen werden Das ist nicht gut Das ist gar nicht gut, ey Dass ich so fehlen werde Ja Ich hatte gehofft, dass es nicht passiert Aber natürlich passiert ist Ist klar Shit, ey Ich bin so So angepisst jetzt von diesen Scheiß Gegnern hier Halt Junge Junge Okay, gut Och, Mensch Jetzt sieht mich hier jemand oder was Wo ist der Ah, hier drüber Ja, der ist hier oben Ah, immerhin ein paar Items, ey Ah, hier oben ist nur die Brücke Ah, ich trau mich nicht, da hoch zu gehen, weil da oben der Typ ist Oh, Mann So, jetzt Wo ist der denn? Kann ich mich da dran? Ach, du Scheiße Oh ja, da kann ich mich dranhangen Kann ich mich hier Ich kann auch nicht, ich kann auch nicht gucken Ist das ein Bug? Das ist gerade ein Bug, kann das sein? Wie ich hier so hänge So, komm jetzt Und der Typ Och, Mann, Mann, Mann Ich will hier wirklich jetzt jeden von eurer Brut vernichten Mann, 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 Mann Das nehme ich direkt So, jetzt bin ich nämlich wieder voll, hab mir einen Heiltrank gespart So passt das doch So, hier unten ist bestimmt noch einer Nein Ach, Mann, das ist blöd, aber man kriegt also doch keine Falling Damage Ich dachte, man kriegt hier Falling Damage Aber naja, ist es okay Oh, Mann, jetzt geh doch da hoch Ich bin halt ein bisschen angepisst jetzt Das läuft überhaupt, das läuft richtig scheiße gerade Hier hoch Da hält er sich nicht fest Ja, genau Weil er sich nicht an einer Schräge festhält Pennt er wieder da in dem Haus? Sieht so aus Oh, was? Wo? Wo bist du, Junge? Hier? Ne, wo denn? Ah, da oben! Ah, okay Ne, ich mach halt nur zwei Parts Ich hab keine Lust, genervt hier irgendwelche Let's Play zu machen Aber das war schon echt Mist, ey Dreimal entdeckt worden Ah, Mann, ey Jetzt dreht sich dieser Typ nicht um, ey Dreh dich um, damit ich hier von hinten was machen kann So, genau So, genau Ui, und So, bin hier Und Kili Boah Buche, ey Mal sehen wir Karl Schwab's Ja, dieses Level ist riesig Sehr groß Da unten ist, aha, da ist auch noch ein Gegner Den hole ich mir auch Den hole ich mir auch So Oh, der kommt schon hier Hier hoch, Mann Geh doch an die andere Wand So Leiser Mann, 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 Nein Du siehst mich nicht, oder? Boah Was ging die für Routen hier? Aber immerhin nicht entdeckt worden Boah So, jetzt müssten wir doch eigentlich gleich Ja, das Wasser gefallen Super Das müssen wir doch eigentlich hier beim Boss sein, oder? Hier ist noch ein Gegner irgendwo Ah, da oben, ja, ist toll Oh, hier ist auch noch In die Richtung, da ist was Oh, Mann Wo ist der Gegner hier? Den nehme ich jetzt noch mit Hallo Hallo, Gegner, wo bist du? Ich würde dich gerne töten Kann ich da dran? Nee, aber wenn ich näher dran gehe, stimmt Genau, da kann ich dran Ah, der ist Ui, okay Alles klar Wo ist der? Da oben in dem Haus, vielleicht Da muss man doch So Oh Mann Was soll ich jetzt machen? Hält er sich jetzt daran fest, oder nicht? Ich fürchte nicht, aber ich probiere es Oh doch, eh Oha Boah Oh krass Okay Damit hätte ich jetzt Nüsse gerechnet, aber Und geh sterben hier, du Spaß Ich muss das nur Nein Nein Ach da oben Scheiße, Mann Oh Lieber runterfallen, als entdeckt werden Lieber runterfallen, als entdeckt werden Das kostet mich jetzt nur ein bisschen Zeit Mehr nicht So Boah, Mann Oh, eh Das ist nicht wahr Das ist nicht wahr Was ist das hier für eine Scheiße? Ich glaube Ich glaube, das Level hier Das ist Material für zweifachs Das ist ja heftig So Komm hoch Jetzt wieder das Spiel Jetzt hält er sich nicht fest Doch Okay Da ist dieser Scheiß Typen Wie nah die Gegner hier beieinander sind Das ist auch krass Krass Okay Hier hoch So Und jetzt Kill den Wichser So Mann Der hat sogar Der hat noch nicht mal was Okay Ah ja, hier ist der Endboss Und hier ist ein Wolf Das weiß ich noch Aber den Den lasse ich mal in Ruhe So Wo ist jetzt der Letzte Hier war doch eben noch ein Gegner Oder nicht Doch Da Ist irgendwo noch einer Aber ich weiß nicht wo Oder meinte er den Wolf Das ist nämlich ein Wolf Wo ist der Wolf Dauernd ist der Wolf Ich töte ihn jetzt mal mit dem Schuriken Mal gucken ob Ausrufezeichen Fragezeichen kommt Wo ist der Er ist weggegangen Okay So Da kommt noch Ausrufezeichen Fragezeichen Da ist noch jemand irgendwo Irgendwo ist hier noch wer Wo ist der letzte Gegner Wo ist der letzte Gegner Ich würde jetzt Ich will jetzt nicht hier runter Nein was machst du denn Ich kann nicht mehr runter Weiß Ich komme nicht mehr hier raus Warum das denn Hey Was soll Ich komme nicht mehr hier weg Warum komme ich nicht mehr hier weg Ja dann Dann muss ich wohl Dann muss ich wohl zum Boss Weil Wenn ich nicht mehr hier wegkomme Dann ist das scheinlich so Was ist das denn Unsichtbare Wand Okay Da sind diese Leute hier Die die hier entführt haben Genau jetzt kommt eine Cutscene Oh Oh Thank you Thank you You might need this Gotta teach you to run away Peasant You coward He had no weapon Hahahaha He's a pivant An insect Insights are better than you Murderer Das Typ hat auch vom englischen ne geile Stimme, naja, jetzt kommt der Vosfait hier, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich hier nicht verkacke, so, komm, und das Gas, komm hier das Gas, zack, ich fress noch ne Granate, hey, warum ist das nicht getroffen? Mach mal Gas hier, komm, so, und da kriegst du ja sogar eine Granate, ich fress noch, da kriegst du den in die Reis, das Reis, den Reis, ist das, ah, ist es, an der Schurken, ach man, so, jetzt noch mal drauf, und hier, hey, und, oh ey, blöder Penner ey, so, an der Schurken, Mann, was macht der denn für Posen, so, zack, 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 oh, zack, 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 so, lauf, lauf, durch die Marke, so, und, das will ich jetzt nämlich nicht verkacken, deshalb, so, trink, ah, ist schon, ach so, ah, das war verschwendet, okay, scheiße, naja, geil, wir haben es geschafft, Du, schall in silence, ey, das ist, hat der Tränen, hat der Blut geweint, naja, okay, ja, viermal entdeckt worden, ey, das ist, das war scheiße, das ist echt, 485 Punkte, ich glaube, 600 Punkte hätte man gebraucht, für Großmeister, naja, egal, so, mach weiter, ja, wie gesagt, ich mach nach dem Level schon Schluss, das war jetzt eine harte Nummer auf jeden Fall, so, dann einmal speichern, da ist jetzt nämlich schon wieder 6 Uhr gleich, ich hab vom Viertel angefangen, also, das ist gut, ein Part, und, ja, genau, schauen wir uns noch die Katzen jetzt an. Deine Tod wird nicht in vain sein, ich, Rikimaru, versuche es, ich muss die Viertel was ist das? Ah ja, der Geheime Hafen, mhm, das ist das nächste Level, äh, ja, die Bergbewohner haben uns quasi eine Karte gegeben, die haben uns zum Geheime Hafen geführt, und da sollen wir jetzt schauen, was da Sache ist, vielleicht haben die da Drogen versteckt, oder so, keine Ahnung, äh, naja, das sehen wir das nächste Mal, würde ich sagen, gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, oder schönen Morgen, oder schönen Tag, je nachdem, was ihr das guckt, und dann verabschiede ich mich fürs Erste, und bis sehen wir uns dann beim nächsten Mal, bei Let's Play von Tenchu 2, bis dann.